Herzlich Willkommen auf HABO TV On Tour und ihr seht gerade jetzt schon im Fenster, da ist was Ungewöhnliches zu sehen. Und zwar, wir haben jetzt unsere eigene Homepage für HABO TV On Tour und hier werden wir jetzt aktuell immer neueste Infos und alles mögliche reinschreiben. Ihr seht was über die Mitarbeiter und zwar, wenn ihr jetzt da drauf klickt, öffnet sich ein Untermenü und da seht ihr dann DJ Sunshine und mich. Wenn ihr dann auf jeweils auf den Namen klickt, könnt ihr was über uns lesen, unseren Status, wenn ich jetzt auf DJ Sunshine gehe, könnt ihr den Status aktuell im HABO lesen. Ein bisschen über ihn, seine Twitter Feeds, ja, wir haben uns jetzt auf Twitter angemeldet und wenn ihr auf unseren Steckbrief klickt, könnt ihr jeweils unseren Twitter Feed lesen. Und HABO TV On Tour hat natürlich jetzt eine eigene Twitter Seite und die ist dann auf jeder Hauptseite bzw. Nebenseite von hier verlinkt. Und ja, ihr seht hier schon, man kann jede Seite, die online ist, auf Twitter verbreiten. Dazu klickt einfach hier drauf und dann öffnet sich ein Pop-Up und das könnt ihr dann jeweils noch bearbeiten, wenn ihr wollt. Und ihr werdet zu der Seite verlinkt, wo ihr drauf geklickt habt, zum Beispiel jetzt die Startseite, steht hier auch und dann könnt ihr jeweils noch was hinzufügen, wie ihr wollt. Und das könnt ihr dann tweeten und ihr seht ja jetzt hier schon, so sieht das dann aus bzw. auf Twitter.com sieht das dann anders aus. Und ja, unsere Kontaktdaten haben wir jetzt alle mal veröffentlicht und zwar sind das ganz schön viele MSN, wo wir leider nicht so oft online sind. Skype, unser Haupt-Skype-Account, HABO TV On Tour. Und in Skype sind wir immer online, da könnt ihr uns eigentlich immer erreichen. Unsere HABO-Daten, unser Kanal auf YouTube, unsere Twitter-Accounts und unsere E-Mail-Adressen und die E-Mail-Adresse von HABO TV On Tour. Und hier seht ihr eine VAQ, die meistgestellten Fragen, da kommen natürlich noch mehrere dazu. Das sind die, die wir aus dem Blog haben. Und unser Blog wird jetzt geschlossen. Dafür haben wir natürlich jetzt diese tolle Homepage. Und wenn ihr jetzt auf Events klickt, werden wir, da arbeiten wir jetzt noch dran. Ablaufregeln und aktuell, das wird das 100-Abonnenten-Special. Und mehr dazu werdet ihr in den nächsten Videos erfahren. Das 100-Abonnenten-Special wird wieder ein Dauerwachbleib-Event sein. Und wir werden bis zu 185 Taler raushauen. Und damit ihr schon wisst, um was es geht, was ihr gewinnen könnt. Platz 1 kann 100 Taler gewinnen. Platz 2 50, Platz 3 25 oder ein Haustier. Und Platz 4 kann 10 Taler gewinnen. Die Regeln und das Programm werdet ihr spätestens natürlich bald auf der Homepage finden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, weil wir unsere 100-Abonnenten noch nicht geknackt haben. Es fehlen noch 7, also macht bitte fleißig Werbung. 100 Abonnenten und es geht um echt 185 Taler. Es tut uns, nein, es tut uns nicht leid. Wir freuen uns, dass wir euch diese Taler schenken können. Als Dankeschön, dass ihr uns abonniert habt. Dass ihr unsere Videos natürlich die ganze Zeit schaut und uns bewertet. Kommentare schreibt und alles. Das finden wir einfach toll. Wir freuen uns über jeden Kommentar und über jede Bewertung. Natürlich über jeden Abonnent. Und damit wollen wir uns eigentlich bedanken, dass wir uns die Taler verschenken. Dass wir euch die Taler schenken. Dafür müsst ihr halt nur wach bleiben. Das ist so ein kleines Spiel wie der Habbo Times Knast 2010, der jetzt gerade vorbei ist. Und ja, guckt auf jeden Fall auf die Homepage. Der Link, der ist unten in der Beschreibung eingeblendet. Oder die ganze Zeit im Video. Und zu den Interviews könnt ihr natürlich draufklicken. Wir sind natürlich schon wieder dran an anderen Habbos. Berühmte Personen, vielleicht auch DJs. Und die sind hier dann verlinkt. Die Seiten sind leider noch im Aufbau. Da werden wir natürlich das Video einblenden. Das ist ganz klar. Und eine kleine Beschreibung. Und ja, natürlich könnt ihr das dann auf Twitter verbreiten. Und wir gucken mal, ob wir noch jede Seite bearbeiten werden. Mit einem Facebook-Link. Wo ihr dann einfach auf Like it klicken könnt. Und das dann auf eure Facebook-Seite angezeigt wird, dass ihr diese Seite mögt. Und ja, natürlich werden wir bald noch, beziehungsweise jetzt bald, oder gleich, werde ich mal, ich werde mal gucken, ob ich Zeit habe, ein Gästebuch integrieren. Beziehungsweise hochladen. Und dann könnt ihr natürlich ins Gästebuch schreiben. Und ja, das ist unser schönes neues Logo. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Havos, die gestern am 29.08. mitgemacht haben für dieses Bild. Vielen herzlichen Dank. Ihr seid echt gut. Und ihr könnt uns gerne natürlich Freundschaftsanfrage stellen. DJ-Sunshine oder Chrisbo02. Ihr könnt auch beides machen. Und ja, kommt uns doch besuchen. Macht mit beim 100-Abonnenten-Special. Und schreibt ins Gästebuch, wenn es online ist. Das war das Video, was ganz schön lange schon geht. Und wir bedanken uns für jeden einzelnen Abonnent. Schreibt Kommentare, bewertet das Video, favorisiert das Video, wenn ihr wollt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.